so vor dem angeln kommt das essen hallo ein mc sunday mit schokosauce bitte nee danke jetzt gibt es nämlich erst mal noch preis du denkst du nicht wirklich dass ich mein eis während der fahrt ist oder so eis ist aufgeschleckert jetzt geht es ab an die elbe wir haben es jetzt mittlerweile 17 uhr dafür dass ich mir vorgenommen hatte heute früh um sechs am wasser zu sein beziehungsweise auf dem wasser es ist natürlich ziemlich spät aber ich habe zu hause noch einiges zu erledigen gehabt das kam mir ganz recht dass ich dafür zeit hatte mein hund hat sich natürlich auch gefreut das ist auch immer ganz wichtig ich schiele hier immer runter aufs navi muss immer ein bisschen gucken wo wir hinwollen der falk ist hinter mir den habe ich heute mal mit dabei der hat spontan zugesagt und ja hat sich das neue heim ein bisschen angeguckt und jetzt geht es an die elbe an eine stelle wo wir beide noch nie geangelt haben werden wir sehen was wir fangen ich werde heute keine lernversprechungen machen denn das mache ich ja immer heute gibt es einfach nur video ob was gefangen wird oder nicht so los geht's bis dann ja 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 Sollte Ich bin ein Team. Ich bin ein Team. Ich bin ein Team. die kommen hier rüber auf der anderen Seite Schuhe aus Alter was war denn das? das sind die wahrscheinlich aber so wie das irgendwie schlagelt hat die Höhle heute gefissen den wolltest du eigentlich haben oder? das war nicht meine oder? ne und dann hat er noch geklappt Alter was war denn das? hast du das mit drauf? ja ja Bis zum nächsten Mal.